die mönche vom senpo tempel sind auch echt krass also die sind nicht ohne ja bis nachher tschau tschau nicht energie für mich mit denen kann man auch was machen mit dem drachen drachen steigen lassen damit kann man was machen ja doch natürlich klar ich bin der meinung ich kann mich danach aber drüber schwingen aber dafür muss ich dafür muss ich dafür sorgen dass der sich nicht wieder zurückdreht warum sind immer alle brücken kaputt schauen wir uns einfach weiter um denn das ist hier neuland ich muss aufpassen dass ich nicht werbe weil wegen viele punkte und auch wenn die keine waffen haben ihr seht selbst mönche sind krass also wenn ihr mal das fett wachsklumpen wenn ihr mal das die möglichkeit habt mönchen zu trainieren eine mönchschule zu besuchen macht das werdet richtig krass sowie krillin früher ok der hat jetzt eine waffe oh 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 in zwei ist schon ein bisschen fies ist ok meine freunde ist ok war aber noch einer hier gefesselt und einfach liegen gelassen die sind nicht mehr das was sie mal waren aber ich krieg das schon hin hallo freunde oh doch ein paar viele hat er den gerade weggeboxt wie die auch einfach mein schwert abwehren einfach so was 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 Oh, 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 Jungs, Freunde. Lasst mich mal kurz aus meiner Flasche trinken. Au. Oh. Danke für den Schluck. Alter, keine Chance. Wir haben hier gerade irgendwelche Lashies reingesteckt. Das, was wir eigentlich auch können. Nein, kann ich nicht blockieren. Natürlich, den einen kann ich doch blockieren. Das ist ein Mikiri-Kontor. Cha, cha. Cha. Man muss einfach nur Kampfgeräusche machen. Das ist wichtig. Denn, äh, funktioniert das schon. So. Man kann die auch alle umgehen. Hier sind mal Geist-Embleme. Mittelpulver, Geldbeutel, Pulverchen. Die liegen auch wieder irgendwelche in die Ecke geschmissen. Einfach vergessen. Trausam am Hungertod gestorben oder sowas. So, natürlich sind die Tore vom Sempo-Tempel verschlossen, weil man... Man kann ja gar nicht wissen. Aber man soll ja nicht wissen, was die Mönche da hinter verschlossenen Türen treiben. Nee, solch... ...kackies. Man sollte die anvisieren, damit Sikiro die auch... ...direkt richtig angreift. Hier ist auch irgendwo so ein großer. Was? Was ist denn hier? Kackies, ey. Beratet mich nicht. Wo ist denn der Große? Einen nach dem anderen. Er ist die goldene Mitte. Da ist der Große, da hinten. Da kommt er. Er hat mich schon gesehen. Na ja, mein dicker Freund. Aua. Weggeschnitzelt. Das nehme ich aber noch mit. Boba Long, das Geist. Was der da hat, das holen wir uns auch gleich. Blut hier. Er lebt noch. Auch wenn er nicht danach aussieht. Guckt euch an, wie viele Viecher da rumlaufen. Appetitlich. Aber wir können ihn nicht töten. Das ist der einzige Körper, auf den man noch draufschlagen kann, wenn man ihn getötet hat. Bei dem geht es nicht. Der steht. Steht jetzt wieder auf. Der steht halt immer wieder auf. Ihr werdet schon noch herausfinden, warum das so ist. Ich nehme das jetzt nicht mal. Ich nehme es nicht vorweg. Der wird gleich wieder. Ich lebe ja wieder. Er lebt wieder. Macht aber nicht viel. Wenn man... Hier sind die... Windräder, die er meint. Aber nicht das, was er möchte. Es gibt ein weißes. Ein ganz weißes. Und guck mal, wen wir hier haben. Ah, Schlangenfrüchte, ja. Es gibt zwei Arten. Eine ist frisch. Die andere ist getrocknet. Sie ist da drüben. Die frische Frucht ist da drüben. Über das Cliff. Durch das Loch. Dort werdet ihr sie finden. Frische Frucht? Was soll das bedeuten? Was? Bedrückt euch etwas. Etwas Reis für mich. So soll es sein. Reis, habe ich gesagt. Wenn euch etwas bedrückt, bringt mir einfach Reis. Habt ihr etwas Reis? Reis vom göttlichen Kind. Oh, ich glaube, mit dem Reis müssen wir auch sparsam sein. Aber das weiß ich nicht mehr. Obwohl, man konnte sich doch auch... Es ist nicht, ob man sich ewig Reis holen konnte. Ich würde jetzt eigentlich gerne mal eine Figur finden. Müsste es nicht hier irgendwo eine Figur geben? Normalerweise würde ich jetzt einmal gerne rasten wollen. Und viele Geist-Embleme, sehr gut. Hier müssen wir rauf, wenn wir mit dem Drachen fliegen wollen. Kann das sein? Weil da drüben kommt man hin. Da war ich. Da war ich schon. Aber es ist ja auch ultra hübsch, ne? Also... Man brennt. Oh ja, warte mal. Dieser Gang. Ja, den Gegner habe ich auch besiegt. Oh, war das ein Graus. Aber das wird wahrscheinlich... Jetzt, wo ich blocken kann, wird es wahrscheinlich besser. Einfach mal beim Gebet gestört. Erst mal Schwert durch den Hals getrieben. Kann man mal machen. Welche Sünde ist das, Mönche zu töten? Und zählt das auch dazu, wenn die Mönche schon... ...verdorben sind? Der Typ da, ne? Das ist ein krasser Gegner. Du wüsstest ja... Siehst du? Es sind zwei davon. Der nicht? Ja, der sieht mich, schätze. Das ist vielleicht nicht so geil. Das muss nicht sein. Wer hat mich jetzt gesehen von denen? Und wo sind die? Das Abwarten. Okay. Ah, nee, warte, warte, das müssen wir anders machen. Nee, ich muss erst die Figur finden. Dann brauche ich auch wieder die Axt. Wie viel, oh, drei, drei, also brauche ich nicht mehr viel. Darf also, eigentlich darf ich kein Risiko eingehen. Äh, ich darf nicht sterben. Ich meine, ich kann zweimal auferstehen. Eine gewisse Chance. Hätte ich. Den Spruch, ich würde den gerne ausschalten, ne? Einer ist okay. Beiß, schlecht. Da komme ich nicht hin. Nicht machen, was ich will. Nee, brauche ich also nicht die Axt für die Leute hier. Ihr habt eine ganz komische Körperfarbe, Freunde. Ein bisschen rot. Ich glaube, das ist nicht in Ordnung. Ich sage jetzt nicht, der geht da jetzt hin, weil er was gehört hat. Perfekt. Ja. Besser kann es jetzt eigentlich nicht laufen. Wir müssen ja nur ein bisschen geduldig sein und wir dürfen nichts falsch machen. Aha, zack. Erledigt, mein Freund. Erledigt. Jetzt kriege ich den anderen nur noch weg, snacken und dann ist alles schier. Oh, ich brenne. Oh, kleiner Schweinepister, ne? Schön, dass du gewartet hast. Au. Oh, krass. Oh, krass. Oh, krass. Alter. Ja, noch bisschen tot, mein Freund. Das interessiert ihn überhaupt nicht. Oh. Not. Obwohl ich eine zweifache Auferstehung habe. Funktioniert noch nicht, das Drachenblut. Jetzt habe ich... Oh, viele Punkte verloren. Boah. Nee. Jedenfalls. Hier sind die kleinen Ratten zu Hause, ey. Na, komm. Noch mehr? In der Luft abwerfen, ist unfair. Haben die sich alles hier aufgebaut, ey. Das müsst ihr euch mal schenken. Auf wen wartest du denn? Auf mich? So. Ich glaube, hier komme ich... Ah, da ist auch die... Ja, die Glocke. Ja, es stimmt. Hm. In der Glocke können wir auch was machen. Das rot-weiße Windrad. Das ist aber nicht das, was er sucht. Hier geht's auch noch lang. Da oben ist die Glocke, nehm ich. Jetzt kommt erst mal... Ich hab so viele Punkte. Warte mal. Ging's hier nicht auch irgendwo hin? Das ist auch immer ein Sprung. Der ist echt... Ganz ohne. Hoch da. Aber wir haben eigentlich auch gleich wieder einen Miniboss vor uns. Au. Dreckviecher. Der nicht ganz ohne ist. Da ist das weiße Windrad. Können wir ihn gleich bringen. Dann wird er sich freuen, dass er das weiße Windrad von uns geschenkt kriegt hat. So müssen wir eigentlich zur Glocke kommen. So. Auf. Die Viecher. Affen schnappt. Ah. Ich weiß auch nicht, was man mit diesen ganzen Sachen... Ah, uh. Barke und schnapp Sachen macht. So. Die sind eigentlich auch eklige Viecher. Keine Ahnung, was das ist. Was ist da? Er hat mich verfolgt. Das hätte ich jetzt nicht machen müssen. Das ist sein Leben verwirkt. So. Geht hier. Eime Wand. Soll ich die Glocke läuten oder nicht? Soll ich die Glocke läuten oder nicht? Das hat auch wieder irgendwas damit zu tun, storytechnisch. Lesen. Sollte diese Glocke nicht das Unglück herauszufordern, doch nur die Tapferen sollten es wagen. Ich glaube dann... Ah, da kannst du... Da kannst du das Spiel, glaube ich, mit schwerer machen. Mehr machst du mit der Glocke, glaube ich, nicht. Das hätte ich... Oh, der Viech ist wieder da. Kein Problem. Das hätte ich Dravo mal fragen sollen. Da möchte ich eigentlich ungerne läuten. Also, jetzt nicht. Ich möchte das Spiel nicht schwerer machen, als es schon ist. So. Wo bin ich denn hier schon? Steht auch was. Zenobi-Fluchtweg. Bückt zu dem... Führt zur Dämonen-Glocke. Okay. Ich flüchte. Ein Kopfloser. Nee. Muss nicht sein. Muss wirklich nicht sein. Hä? Was hat mir das jetzt gebracht? Da ist ein Händler. Was? Nein. Nein. Boah, ich... Pfff. Ich dachte, da kann man sich ranhängen. Pfeilen lassen. Ach, jetzt... Jetzt darf ich mich da... Anschleudern. Ey. Finde ich jetzt nicht so geil. Wie mich das einfach trollt, das Ding. Da ist ein Händler. Pfff. 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 Okay. Vielleicht positioniere ich mich einfach ganz hier. Ne, das kann man nicht lenken, das ist, äh, dover Weg. Hier kommen wir nur übers Rasten hin. Lasst mich mit eurem scheiß Gift in Ruhe. Der möchte ich jetzt eigentlich gerne mal zum Händler, bevor ich hier, warte mal, Fähigkeiten, Körpermerkmale kann ich nicht verbessern, Fähigkeiten, ähm, geht mir nicht mehr so viel. Ich möchte eigentlich gerne darüber. Gut, dann muss ich das mit Reisen machen, wir sind im Sempo-Tempel. Genau. Äh, ja, schnellster Weg ist halt wieder hier rüber. Nehmen wir die kleinen Bastarde einfach mal mit. Oh, Gott sei Dank konnte ich mich, konnte ich mich, äh, anziehen. Das wäre sonst echt doof gelaufen. Hallo, hallo, hallo. Oh, echt jetzt? Schmutz. Nee, das ist Schmutz. Ich brauche ganzen Aufladungen. Also, so mit den, ich komme mit den Symbolen eigentlich auch nicht, aber, das heißt nicht klar, aber... Lass mich in Ruhe. Das, was jetzt kommt, wird sowieso ein bisschen kniffliger. Hier ist auch keine Figur, oder was? Das verstehe ich gar nicht. War hier nicht eine Figur? Kann doch nicht gleich, wenn ich auf die Schnauze kriege, äh, immer da hochrennen. Nun, gut. Ah. Vielleicht. Vielleicht. Oh, meines Sohnes Willen, nimm dein Schwert runter. Du bist ein Narr. Oh, meines Sohnes Willen, nimm dein Schwert. Ich bin unzerstörbar. Mein Sohn bekommt das Wasser. Ah, mein Sohn bekommt das Wasser. Das ist, äh, ganz schlecht. Ich verliere meine ganzen Punkte. Gucken, wie viele Punkte habe ich jetzt verloren. Göttliche Hilfe? Gar nichts habe ich damit verloren. Das ist gut. Ich versuche es nochmal. Ich habe Ehrgeiz. Das Blöde daran ist nur, ich kann mich daran erinnern, dass ich den... Ich muss ihn eigentlich nur kontern. Ich habe auch keine Hilfsmittel, die ich dafür verwenden kann. Ich kann auch hier. Jungs, sorry, aber ich habe echt keine Zeit für euch. Noch vergiftet. Und schön. Nein. Nutz. Das sind schon ein paar kleine Zecken, ey. Aber komm, da muss oben die Figur sein. Ich war schneller da. Also der hat mir damals echt Probleme gemacht, der Typ. Ich muss ihn eigentlich nur blocken. Und dann muss ich ihn noch runterschopsen. Um meines Sohnes Willen. Nimm dein Schwert runter. Au. Komm, da darfst du nicht drinnen stehen. Ey, ich habe doch Mikiri-Contra gemacht. Sü쟁ário ist wieder rein. Sü retention. Süßes密 runter. Süß. Süßes逆rove. Süß. Süßes. Süßes rundt. Oh. Doch, aber ich muss dich einfach nur runterschützen. So, zum Beispiel. Tschüss. Wiedersehen. Robert. Oh, er ist unten aufgekommen. Gebetsperle. Oh. Sehr schön. Ich weiß nicht, was das für ein Typ war. Wir hätten nicht kämpfen müssen. Und ich habe auch gar kein Wasser gehabt. Robert, kein Wasser. Ah, guck mal, da ist eine... Eine Figur des Wildhauers. Ja, gleich. Erstmal rasten. So. Dann, äh, nee. Fähigkeiten erwerben wollen wir auch gleich. Erstmal... Die vierte Gebetskette. Ah. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Robert. Nein. Ah, der Typ tut mir so ein bisschen leid, ey. Aber im Grunde genommen ist das halt ein Kampf. Oder nur... Oh, blomm. Man könnte schon fast sagen, als wenn der... Als wenn der wieder was auf einen vorbereiten tut, ne? Mich Splitter... Möchte aber... Eigentlich möchte ich trotzdem noch zu diesem Händler. Na, ich glaube, die Rüstung hat ihn vor dem Fall nicht geschützt. Der ist ja so dermaßen da aufgeballert. Und ich... Das ist nicht. Das ist tief. Da. Da ist der Händler. Gut. Geh einfach mal da runter. Ich kann ja wieder hier hochreisen. Das ist ja alles gut. Kann ich euch kleinen Bastarde auch von hinten weg snacken. Ja, komm herrüber. Ja, komm du kleiner Teufel. Die sind echt flimmend. So, wie komme ich da eigentlich hin? Ach ja, von der Figur aus. Okay, wollen wir mal gucken, was der Händler hat. Habe ich gar nicht so viel wahrgenommen, den Weg hier. Nein. Ja, komm her. Ja, Splitter. Wollt ihr eine Opfergabe kaufen? Noch eine. Wo die Verstorben... Ja, ja, ja. Wir kennen die Sprüche schon. Eine Kaki. Äh. Okay. Ein Kürbis mit fünftfarbigen Reis. Ein Kürbis einfach... Was sieht man denn? Ich biete ihn wieder auf. Reis ist jedoch nicht essbar. Wie ist denn das? Der weiße Kürbis mit Furchtbarkeit gesegnet. Mit Furchtbarkeit gesegnet. Was denn bei einer Figur? Fülle ich wieder auf. Ach. Damit kann ich Markierung setzen? Mehr auch nicht, oder? Ja gut, das ist jetzt... Das hat sich jetzt überhaupt nicht gelohnt. Außer hier die Kaki und das hier. Das Drachenblut. Ansonsten ist... Ist da nichts Wertvolles. Wo die Verstorben wurden. Und auch die Nachlassverwalter. Ja, ich kenne das schon. Ah, okay. Gut. Hm. Wir bringen den... Dicken Mönch. Erstmal... Mich jetzt ja nicht unbedingt. Um eine kleine Mission. Jo. Www. 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 Msch. Www. Www. So, einmal durch die Mönche geschnitzelt. Das kann ich mitgekriegen. So vertieft in seiner Gebetsmetamorfose. So, mein Freund, ich habe dein weißes Windrad gefunden. Sie haben mich hier alleine gelassen und ich muss die schneeweiße Blume finden. Wo kann sie nur sein? Suchst du das hier? Oh, das ist eine rot-weiße Blume. Ich suche nach einer schneeweißen Blume. Ich verstehe. Aber ihr, ihr versucht mir zu helfen. Danke. Ihr seid ein guter Mann. Eine schneeweiße Blume. Ja, sie ist weggeflogen. Ja, das ist richtig. Die schneeweiße Blume ist weggeflogen. Ist das die schneeweiße Blume? Ah, ah, das ist... Oh, ich erinnere mich jetzt. Hört her. Sie sind Kinder des ewigen Wassers. Und ich erinnere mich, dass ich versucht habe, ein schneeweißes Windrädchen zu finden. Ein Windrädchen. Für dieses Kind. Sagt, kann ich euch um einen Gefallen bitten? Was? Könnt ihr mich verschwinden lassen? Was meinst du damit? Ich weiß, wer ihr seid. Ihr seid ein Shinobi, richtig? Diese Mönche sagen, dass Shinobi Leute wegzaubern können, sie verschwinden lassen, als wären sie niemals da gewesen. Warum wünschst du dir das? Ich bin sicher. Wo auch immer ich dann lande, dort werden die anderen sein. Und dann sehe ich sie wieder. Ich habe schließlich die Aufgabe, auf diese Kinder aufzupassen. Ihr könnt das doch tun, oder? Nee, tatsächlich noch nicht. Ich kann es nicht tun. Ich verstehe. Wenn ihr eure Meinung ändert, sagt es mir bitte. Ja, tue ich sofort. Das tue ich sofort, mein Freund. So, das ist erledigt. Wie lang der Lebensbalken schon ist. Senpo Tempel. Tempelgelände. Da muss ich hin. Ja, gute Frage. Oh, Gokus. 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 Gut aufgerollt. Mach Sitzplatz. Mönche, die kann ich nicht auseinander nehmen. Problem. Noch mehr Doggos. Die sind auch schon wieder irgendwelche einfachen Bogen, einfach hingelegt. Mistvieh. Ich habe mich jetzt ganz kurz erschreckt, Alter. Ich habe das Geräusch gehört. Da war es schon zu spät. Ey. Richtig Gänsehaut gerade. Boah. Macht sowas nicht mit mir, ey. Und springt mir auf den Kopf. Das ist uncool. Stürbratten. Stürbratten. Was wird scheiße geschmissen? Ach ja, stimmt. Das kann ich ja auch. Luft. Zack. Da? Zweisch hinüber. Nein. Oh. 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 Auuu! Auffenkehle! Jetzt ist diese Meebo Ballons auch echt zu selten ein, ey! Jetzt bin ich auf der anderen Seite. Warum auch hier die Brücke kaputt ist? Wenn ja sowieso keiner in den Sembo-Tempel kommt, so einfach ohne irgendwas. Eine Kaki. Da hängen noch mehr, ne? Oder? Das Äpfel? Die sieht ja aus wie Tomaten, aber Tomaten hängen nicht am Baum. Okay, hier wäre der ganz normale Weg, wo du hochlaufen würdest zum Tempel hin. Klar. So geht also das eine zum anderen. Ähm... Mal nachgucken. Vielleicht nicht so verkehrt. Das hat nicht viel gebraucht. Der ist auch besonders. Der kann auch was anderes wie die anderen. Ich glaub der, der macht sogar mit Feuer irgendwas. Kann er ja gerne machen. Mann voll Asche. Ja, mein ich doch. Irgendwas macht der. Aber anscheinend können die auch nicht so viel. Aber ich will nicht zu viel sagen. Ansonsten krieg ich wieder einen auf dem Deckel. Von irgendwelchen Gegnern. Und dann... Hab ich wieder zu viel gesagt. Immer dann... Ja? Wenn ich sag, jo läuft. Kein Problem. Dann sieht's anders aus. Kann ich... Wie die hier auf einen warten, ne? Was ist denn das da gar nicht hin? Wenn die Kippen da irgendwas hin... Das langt jetzt, ne? Komm jetzt hoch zu dir. Dann sind das auch noch giftige Dolchen. Okay. Hier ist auch ein Miniboss. Okay, jo. Diesmal ist er aggressiv. Der Typ hier da. Ich ihn... ...finished. Dann prob ich erstmal ganz kurz Ruhe. Er kommt raus da hier. John Leeds. Alter. Hallo. 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 Boah. Wollt ja eigentlich... ...die Mikiri kontern. immer Ja, jetzt habt ihr es gesehen, warum die Viecher unsterblich sind. Weil das sind so eine, ja, weiß ich nicht. Da sind, ähm, Hausenfüßler drin. Mhm. Wenn wir auch nur auf eine Art... Oh, das kommt noch. Und hier oben... Und irgendwo... Irgendwo kann man hier auch noch rein. Oder war das woanders? Den Miniboss, den will ich eigentlich gerne mitnehmen. Brauche ich die Axt für die geladene Axt? Okay. Ja, da wird es. Ja, da wird es. Ja! Sogar ein Schild in der Hand. Ich werde lieber gehen mit dem Schild ausmachen. 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 Oder ich irre mich. Ich sagte, ich habe da... Ich glaube, auf diesem Gebiet ist so echt planlos. Ich weiß nicht. Ist das Wasser oder ist das so ein Alien? Weißt du, zack, dann kennt es ja. Hier ist ein Miniboss drin. Den würde ich eigentlich gerne mal versuchen. Na? 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 Das ist das... Lange. Ah shit. Shit, 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 shit. Ich hätte vielleicht nicht anvisieren gewesen.